Wir sehen ängstliche Marktteilnehmer, zumindest in Deutschland ist es so. Die Amerikaner gucken vielleicht gesondert an der DAX. Allerdings, der ist jetzt den zweiten Tag in Folge ganz schön rot. Wir können das hier mal einblenden auf Tages-Ebene. Ihr seht das. Gestern war schon eine Abwärtsbewegung, die war sehr auffällig. Darüber haben wir gestern gesprochen, haben gesagt, naja, das ist alles ganz in Ordnung. Wenn dann mal irgendwo eine ordentliche Korrektur kommt, dann geht das Ganze noch. Allerdings, wir sehen auch, dass der Kurs tatsächlich hier in dem Bereich dieser Widerstandsmarken, er hat ein bisschen mal drüber gelookt, aber wir sehen auch, dass die Marktteilnehmer ganz schnell hasenfüßig geworden sind und wieder rausgegangen sind und der Markt dann ganz schnell zusammengebrochen ist. So weit, so gut. Darüber haben wir gestern schon ein bisschen gesprochen. Scharfe Abwärtsbewegung, wenn er mal wackelig hochkommt. Bis dahin ist er noch nicht wackelig hochgekommen. Jetzt die erste Korrektur ist hier. Da fängt das jetzt an irgendwie zu wackeln. Das heißt, die Idee ist quasi die gleiche, die wir gestern angesprochen haben. Ich mache das mal groß hier am 5-Minuten-Chart. Scharfe Abwärtsbewegung, jetzt sieht das hier nachgewackelt aus. Aber egal wie, wenn das wirklich hier Korrektur ist, dann müsste eigentlich nach der Korrektur gerne nochmal sowas hinten dran kommen. Also das ist jetzt nicht gesagt, dass es 1 zu 1 jetzt so ist. Ich weiß ja noch nicht, wo der Hochpunkt genau liegt. Aber wenn es so halbwegs irgendwie so aussieht oder von mir aus auch noch ein bisschen irgendwie so aussieht, keine Ahnung, aber egal wie, ob ich jetzt hier das Ende der Korrektur habe, ob ich das Korrekturende da oben habe, wenn das halbwegs gleich lang ist und damit müssen wir rechnen, das ist halt relativ typisch, dann liegt egal wie, egal wo jetzt exakt dieser Punkt liegt, dieser Punkt hier unterhalb dieser Korrektur, die wir gesagt hatten. Das ist ja gar nicht so ein dolles Zeichen, ehrlich gesagt. Also ich habe irgendwie den Eindruck, die Daxianer sind noch sehr scheu im Scheinwerferlicht. Also sobald da die Lampe angeht und man sagt, ey, hey, cool, wichtige Marke. Nein, schnell wieder raus. Also man hat noch nicht den Eindruck, dass der Deutsche, da sprechen meine anderen Geräte dazu jetzt mit mir, man hat irgendwie noch nicht den Eindruck, dass die Marktteilnehmer jetzt hier schon willig sind, wirklich massiv hier auf den Markt einzuwirken, im positiven Sinne auf der Käuferseite. Der Eindruck bleibt fern. Das macht dieses gesamte Bild sehr fragil. Also, wenn man sich schon positionieren will, dann im Moment nicht beim Dax auf der bullischen Seite. Ich sehe es zumindest nicht. Ich kann nicht erkennen, dass hier die Marktteilnehmer irgendwie Stärke zeigen aktuell. Und wir hatten ja schon häufig darüber gesprochen, auch in den letzten Wochen, dass eigentlich, egal ob er hier nochmal hoch geht, selbst wenn er noch ein bisschen höher geht, dass eigentlich dieses Bild nochmal kommt. Das heißt, egal ob jetzt schon mit Schwäche oder später, eigentlich die Marktteilnehmer nicht das Bild zeigen, was man sich als Bulle wünscht, nämlich auf der Kaufseite. Vielleicht eine kleine Idee, wenn ihr seht, dass der Markt hier mal eine Gegenbewegung macht, die Short-Seite nochmal spielen, vorne wie hinten, sowas in der Richtung ist immer etwas, was man hier im Plan haben kann. Merkt euch das mal so als grobe Idee. Also aktuell würde ich sagen, Dax ganz klar bärisch für den Augenblick. Und im Übergeordneten hat sich ja nichts wirklich geändert. Das hatten wir ja mehrmals angesprochen, dass wir eigentlich ebenfalls übergeordnet nochmal bärisch, ich weiß jetzt nicht, ob ich diese Marke so groß dafür Werbung machen soll, aber ich habe irgendwie den Eindruck, mit oder ohne Umweg, wie gesagt, es kann sein, dass er nochmal vorher ein bisschen nach oben geht, aber dass wir eigentlich um diesen Bereich hier unten kämpfen, 14.500, 14.000, vielleicht sogar 13.500, mal sehen. Aber irgendwie irgendwas da unten drunter, ihr denkt da dran, wir haben diese Zone durchstoßen und das hat damals ja eigentlich das Türchen aufgemacht. Und es zeigt sich, dass die Marktteilnehmer wirklich hasenfüßig sind aktuell. Für die Intraday-Freunde, ich würde mich gerne für den bullischen Markt inspirieren lassen, dann hätte ich aber gerne sowas und sowas, dann bin ich bullisch. Und bevor ihr es für den falschen Hals bekommt, vorläufig, also in diesem Zeitsegment, also wenn es in dieser Größe ist, dann natürlich im Bereich des Nachmittags oder von mir aus auch noch bis in den morgigen Tag rein, also irgendwie sowas auf diese Art und Weise. Also bitte nicht überinterpretieren, wenn ich sage, das ist ein bullisches Zeichen, ah super, DAX jetzt auf 20.000. Wenn ich das im 5-Minuten-Chart einzeichne, dann gilt das für viele Stunden, vielleicht sogar ein, zwei Tage, wenn es dann sein soll, aber eben nicht zwangsweise für mehr. Da übergeordnet, ich weiß nicht, ich werde noch nicht so richtig warm mit dem, was wir hier auf der bullischen Seite beim DAX gesehen haben. Und dieser Rücksetzer bestätigt dieses Bild. Wir haben offensichtlich nicht wirklich die Power hier durchzumarschieren. Das ist nicht wirklich eine starke Situation, die wir da haben. Ganz anders sieht das aber beim amerikanischen Markt aus, wobei wir mit dem schwächsten, aus meiner Sicht schwächsten, anfangen. Ihr wisst ja, ich bin beim Dow eher immer noch auf der Abwärtsseite gedanklich unterwegs. Wir haben aber hier zumindest mal auffällig hier einen Anstieg. Wir sehen das hier im 4-Stunden-Chart nochmal so ein bisschen zack, zack und jetzt hier dann nochmal das. Lass ihn doch nochmal hier ein bisschen hochgehen. Wenn dann wirklich eine Korrektur erscheinen sollte hier, dann wäre das weiterhin die bullische Seite. Der Dow ist da, was das angeht, am ungenausten. Intraday im 5-Minuten-Chart war das mal ein bisschen besser. Hier sieht man ein bisschen in die Länge gezogen wegen des Nachthandels. Klar, da passiert nicht so arg viel. Da haben wir gestern nochmal ein bisschen intensiver mal drüber gesprochen hier bei uns am Chart und haben überlegt, Mensch, kann man das dann einfach weglassen? Naja, ihr dürft nicht vergessen, um diese Zeit, also da hinten vielleicht niemand ein bisschen da, da ist niemand da, der großartig handelt. Die Asiaten handeln nicht im großen Stil den Dow Jones. Von Japan kann ich es ganz sicher sagen, dass es da eher unterdurchschnittlich ist. Ich kann von China sagen, dass es eher unterdurchschnittlich ist. Und die Vermutung ist, dass es Indien, Australien und wer da noch alles unten ist, nicht rausreißt. Da gucken alle so ein bisschen bedröppelt drauf und warten, dass der Tag, beziehungsweise aus deren Sicht der Tag, aus amerikanischer Sicht, die Nacht rum ist und dass es dann weitergeht. Also theoretisch könnte man sagen, wir hatten hier einfach eine starke Aufwärtsbewegung, Nachtpause und danach ging es jetzt hier mal runter. Zugegeben, das sah nicht so richtig korrektiv aus. Hier jetzt schon. Manch einer würde sagen, so eine Seitwärtskorrektur, was willst du. Jetzt aber erstmal die Fortsetzung nach oben. Wir werden sehen, ob das ganze Versprechen hier gehalten wird. Ich sehe aber zumindest mal eine Chance, selbst wenn er jetzt hier noch ein bisschen Pause macht, dass wir mit diesem Anstieg zumindest ein bisschen besser unterwegs sind, was die Aufwärtsseite angeht, als wir das bei dem deutschen Markt im Moment gesehen haben, der ja nun überhaupt nichts gebacken kriegt für die Longseite. Denkt immer dran, das hatten wir gestern so halbwegs eingezeichnet, ich mache es nochmal groß. Ihr seht, das war sicherlich nicht exakt, wie ich es eingezeichnet habe, aber witzigerweise schon ziemlich spot on. Eins, zwei, drei, vier, fünf und dann brauchen wir immer eine dreiwellige Gegenbewegung. Die sollte so in diesen mittleren Bereich reingehen. Also gestern hat es der Markt wirklich gut mit uns gemeint. Also da müssen wir nicht angeben, das passiert hin und wieder schon, dass es super exakt ist. Manchmal sieht es auch nur so ähnlich aus. Entscheidend ist, dass ihr dieses Grundprinzip, das ist nicht immer perfekt, bitte nicht davon ausgehen, ja, aber da war es nicht super. Hier war es jetzt mal super, deshalb zeige ich euch das, damit sich das so ein bisschen, sagen wir mal, in die Augen einbrennt, sagen wir immer, in die Netz haut, damit ihr das Grundprinzip immer wieder seht, auch im hässlichen Chart. Ich blende es nochmal aus und dann seht ihr auch die Erwartungshaltung, das, was wir vorne haben. Da ist best guess, wenn ich überlegen muss, was da passiert, ungefähr das, was vorne ist nochmal. Also hier haben wir, normalerweise zeichne ich das immer in blau und diesmal sehen wir, der Markt hat es auch genau so gemacht. Nicht immer ist das so exakt, bitte geht nicht davon aus, oh, klasse, das ist der lebendige Beweis. Nee, aber es ist ein Hinweis, wie das typisch aussieht und je exakter das nach dieser Form aussieht, desto besser kann man das dann natürlich handeln. Short Entry hier oder wenn ihr hier einen Wendeanzeiger habt, durch den Indikator, durch den Candlestick oder was weiß ich was. So, und jetzt kann man doch auf die Idee kommen, für die Intraday-Freunde unter euch, hier haben wir doch einen Schub runter, sieht doch super aus. Jetzt hier wackelig hoch, dreiwellig würde auch gehen, hoch hier an der Stelle, A, B, C, hoch und dann hätten wir das da hinten nochmal. Also wir haben hier vorne das Musterstück und hier die Anregung für den Fall, dass das nachher genauso passiert, Trigger ist hier. Viele sagen, das sehe ich erst im Nachhinein. Nee, das seht ihr, an welcher Stelle? Ihr habt jetzt die Vermutung, dass es dreiwellig ist, wenn er da durchgeht. Ah, okay. Das heißt, ihr habt Zeit, oh, ihr habt Zeit, jetzt geht nochmal in den Kühlschrank, Kaffee im Automat, was weiß ich was und da ist erst die Order. Also ihr habt, wenn ihr das seht, wenn ihr seht, dass der Kurs runterkommt, in der Regel auch Zeit, das Ganze vorzubereiten. Das heißt, das ist jetzt nicht, das sieht man erst im Nachhinein, wenn der Kurs das gemacht hat, habt ihr den strengen Verdacht, wenn er das macht, eh short. Also wenn er da durchgeht. Und wenn er dann dahin geht, macht er gar nichts. Nochmal zum Kühlschrank. Nee, besser nicht, sonst seht ihr bald so aus wie ich. Aber ich meine jetzt nicht meine Haare. So, Abwärtsbewegung, zack, dieses Ding hier und dann, wenn er dahin geht, wäre das eine Möglichkeit, eben die Short-Position da zu eröffnen. Also das ist nur eine Anregung. Das ist jetzt nicht zwingend immer so perfekt, wie wir das da jetzt hatten. Aber das ist nur, damit ihr euch das so ein bisschen vorstellen könnt. Mensch, ich weiß aber nicht, wie soll das aussehen? So in der Form habt ihr eine ganz gute Chance und denkt immer dran, Trefferquote ist nicht unendlich groß. Aber sie ist so groß, dass es mit dem Chance-Risiko-Verhältnis, wie viel ihr riskieren müsst und wie viel ihr gewinnt. Also wenn ihr hier zum Beispiel reingeht und Stop einfach halt halber hier hinsetzt, 78er Marke ist noch besser und dann hier die 1 zu 1 war ungefähr hier. Dann seht ihr schon, dann riskiert ihr halb so viel, wie ihr gewinnt, noch weniger. Also das kann man durchaus mal machen. Insgesamt noch einigermaßen Bullish, wenn es die Zeit erlaubt. An die Born for Trading, Freunde, habe ich hier eben das hier schon als ein Handelssignal rausgeschickt. Vielleicht mache ich das auch noch als Trade des Tages. Aber das kann ich jetzt nicht versprechen, ob ich das zeitnah noch hinkriege. Aber ansonsten vielleicht ergibt sich daraus auch noch mal eine Bestätigung für einen Trade. Das Ganze ebenfalls beim S&P 500. Auch hier haben wir so diese Grundform, das, dann hatten wir wohl diese Korrektur in irgendeiner Form. Jetzt haben wir hier vielleicht eine kleinere. Da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, was das angeht. Also aufpassen. Wenn er da durchgeht, wäre es nicht gut. Alles, was oberhalb bleibt und vor allen Dingen wackelig oberhalb bleibt, hier, also der Kurs wackelig runterkommt, wäre für mich ein ganz gutes Zeichen für die bullische Seite. Allerdings, wenn er das Tief hier vom 13. Oktober, 13 Uhr, kann man sich gut merken, ein bisschen vorher war es, 12.30, wenn er das durchstößt, dann ist das doch relativ stark runter, A, B, C hoch und dann noch mal runter. Vorsichtiger Hinweis, völlig zu Recht, jawohl, das ist eher dreiwellig. Aber es kann ja sein, dass es hier auch noch mal dreiwellig ist. Dann haben wir vorne einen Zigzag, hinten einen Zigzag, also zwei Zigzags. Manch einer würde sagen, ein Double Zigzag. Ist eine typische Korrekturform, bringt uns vielleicht noch mal in die Nähe dessen, wo wir hier schon mal waren. Ein bisschen tiefer wäre ja auch noch okay und dann kann man von dort gucken, ob es dann tatsächlich nach oben geht. Also ihr seht, so in etwa müsste das aussehen. Insgesamt ist hier das Bild allerdings noch relativ bullisch. Ich bin da noch gar nicht so negativ drauf, was das angeht. Die Chancen sind relativ gut, aber achtet drauf, dass wenn wir hier diese Zwischentiefmarke heute Mittag durchstoßen, beispielsweise wäre das kein gutes Zeichen. Und für uns, viele kennen das, wenn wir das gestrige Tagestief durchstoßen, würde ich auch vorläufig erst mal sagen, naja, vielleicht sind wir dann doch in einer Nummer größer der Korrektur. Nach diesem schönen Anstieg allerdings halte ich es, solange das einigermaßen wackelig ist, für sehr realistisch, dass wir auch noch mal weiter nach oben sind. Das ist jetzt im Moment my best guess. Das Irritieren würde mich immer geschübiger runter. Je wackeliger es hoch, desto falscher liege ich mit der Long-Seite oder umgekehrt, desto schöner ist es, auf der Short-Seite aufzuspringen. Nasdaq ist relativ ähnlich. Wir haben gestern darüber gesprochen, das müssen wir nicht noch mal super breit treten. Auch hier, wir sind noch da voll in dieser Korrekturphase. Die darf auch noch ein bisschen andauern, also mich würde es gar nicht groß stören, wenn der Kurs jetzt hier noch mal einmal tiefer geht. Im Gegenteil, wäre ja eigentlich eher unserer Idee folgend, solange das einigermaßen in den Größenverhältnissen hier bleibt. Das können wir ja auch mal messen. Da könnt ihr einfach messen, die Großfahrt dieser Rücksetzer von da nach da. Legt das mal hier an, dann wisst ihr, naja, also 15.170 beim Nasdaq Future wäre eigentlich so eine Orientierungshilfe. Manch einer guckt auch Fibonacci Retracements an, in dem Fall aber für die zweite, Entschuldigung, für die vierte Welle, nicht für die zweite. Die zweite war ja diese hier, nämlich eine hoch, zweite runter, dritte hoch und jetzt die vierte. Dann sehen wir die 23,6, da sind wir schon durch und die 38,20. Das sind so typische Größen. Also Best Guess ist, lass den Nasdaq noch mal ein bisschen runtergehen um die 15.100er Marke. Das kann 20,30 Punkte höher, kann 20,30 Punkte tiefer sein, aber irgendwie so was in der Richtung fände ich eigentlich ganz angemessen, ganz angebracht. Und dann kann er von dort ausgehen, jetzt machen wir noch mal eine Extension dazu. Ah, guck mal, die vereinigen sich da auch noch mal. Also diese Zone da, die würde ich mal im Auge behalten, ob er um die 15.100, also vorläufig noch die Abwärtsseite, dass er da in etwa dreht. Wer jetzt irritiert ist und sagt, ja, aber jetzt hast du da ja auch ein Short-Signal. Ja, aber es ist ein kurzzeitiges. Hier geht es tatsächlich erste, zweite, dritte, vierte und mögliche. Aber das ist noch keine Ansage, dass das hier passiert. Aber ich würde es, also ich würde es als eher wahrscheinlicher achten aufgrund der Größenverhältnisse, aber achtet drauf, dass der Markt hier wirklich dreht. Also im Moment finde ich die Long-Seite noch nicht so gut hier. Short-Seite abwarten. Passt das zum S&P? Nein, passt zum S&P nicht. Aber wir sind ja auch hier gedanklich short, wenn er da noch mal durchgeht und schon sind wir wieder im Boot. Und nur, wenn er jetzt hier wirklich sehr, sehr wackelig runterkommt, ja, dann gehe ich Long. Ja, dann kann ich ja später, eventuell gibt es sich ja immer noch, dass es ein Short gibt. Also da hat sich ja erstmal nichts kaputt gemacht, aber wir hätten zwischendurch noch mal eine Long-Situation. In diesem Sinne, euch alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.